Chemikalien, die als Gifte für bestimmte Lebewesen wirken, können auch auf andere Lebewesen toxisch wirken. Bakterien, die abgetötet werden, können auch für den Menschen schädlich sein, da ein großer Teil des menschlichen Körpers aus Bakterien besteht. Dies kann als eine Art chemische Kriegsführung betrachtet werden, sowohl für die Organismen im Wasser als auch für den menschlichen Körper. Ein Beispiel für solche chemische Kontamination ist Chlor, das üblicherweise dem Leitungswasser zugesetzt wird. Es wird empfohlen, Gemüse nicht mit chemisch kontaminiertem Wasser zu waschen. Stattdessen kann man Viputi, Asche und Kurkuma in Wasser geben und das Gemüse für 15 bis 20 Minuten darin einweichen. Diese Methode hat eine bessere Wirkung als das Spülen mit chloriertem Wasser. Eine Alternative ist die Verwendung von Neem. Man kann einen Eimer mit Neemblättern und Wasser füllen und das Gemüse darin einweichen. Das Wasser kann mehrmals verwendet werden, solange der Eimer verschlossen bleibt. Es ist am besten, einen Behälter aus Metall, Kupfer oder Messing zu verwenden, aber auch ein Behälter aus Stahl oder Glas ist in Ordnung. Es ist wichtig zu bedenken, dass bereits ein einzelner bis von mit Chemikalien oder Bakterien kontaminiertem Gemüse Folgen haben kann. Daher ist es ratsam, natürliche Reinigungstechniken ohne den Einsatz von Chemikalien zu verwenden, um die Risiken zu minimieren. Hier sind einige natürliche Methoden zur Reinigung von Gemüse. Erster Einweichen und Waschen mit Kurkuma-Wasser Kurkuma hat antibakterielle und antimikrobielle Eigenschaften und gilt als Gegenmittel gegen Vergiftungen. Eine Lösung von einem Gramm Kurkuma-Pulver in 1000 Litern lauwarmem Wasser vorbereiten. Das Obst und Gemüse in das Kurkuma-Wasser legen und 15 Minuten einweichen lassen. Das Kurkuma-Wasser abgießen und das Gemüse mit klarem Wasser zwei- bis dreimal abspülen, um jeglichen Rückstand zu entfernen. Zweiter Einweichen und Waschen mit Salzwasser. Salz ist kostengünstig und hat antibakterielle Eigenschaften. Ein halber bis ein Liter Wasser mit 5 bis 10 Gramm Salz mischen und das Obst und Gemüse in dieser Lösung für etwa 10 Minuten einweichen. Das Salzwasser abgießen und das Gemüse gründlich mit fließendem Wasser abspülen. Dritter Einweichen und Waschen mit Natronwasser. Natron hat eine alkalische Natur und kann nachweislich 95 bis 98 Prozent der Chemikalien von Lebensmitteln entfernen. 4 bis 5 Gramm Natron in einem Liter Wasser auflösen und das Obst und Gemüse in dieser Lösung für 10 Minuten einweichen. Das Natronwasser abgießen und das Gemüse unter fließendem Wasser zwei- bis dreimal abspülen, um jeglichen Rückstand zu entfernen. Vierter Einweichen und Waschen mit Essigwasser, Essig, einschließlich Apfelessig, kann als Alternative zur Reinigung von Obst und Gemüse verwendet werden. Mischen Sie Essig und Wasser im Verhältnis 1 zu 4, 1 Teil Essig, 4 Teile Wasser. Das Obst und Gemüse für etwa 10 Minuten in der Essigwasserlösung einweichen und dann mit fließendem Leitungswasser abspülen, um jeglichen Essigrückstand zu entfernen. Die Verwendung natürlicher Methoden zur Reinigung von Obst und Gemüse bietet eine sichere und effektive Möglichkeit, schädliche Pestizidrückstände zu entfernen und saubere Lebensmittel für Sie und Ihre Familie zu gewährleisten. Laut dem Center for Disease Control, CDC, erkranken jedes Jahr 48,8 Millionen Menschen an Lebensmittelvergiftungen, was zu 128.000 Krankenhauseinweisungen und 3000 Todesfällen führt. Etwa 2,2 Millionen Menschen sind einem Risiko aufgrund von Pestizidexposition ausgesetzt. Pestizide werden verwendet, um Pflanzen vor Insekten, Keimen und Nagetieren zu schützen, aber ihre Rückstände finden sich auf den Lebensmitteln, wenn sie bei Händlern oder Lebensmittelgeschäften ankommen. Hohe Pestizidwerte in Lebensmitteln können verschiedene Krankheiten verursachen und insbesondere Kinder betreffen, deren Organe sich noch in der Entwicklung befinden. Die Exposition gegenüber diesen Rückständen kann zu psychischen Problemen wie Autismus, Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung sowie Symptomen wie Kopfschmerzen, verschwommener Sicht, Erbrechen und Bauchschmerzen führen. Um weitere Tipps zur Ernährung, Gesundheit zu erhalten, folgen Sie uns.